ich war hier eigentlich bei der version auch schon festungen mit der festung meinst du ja ja da macht mich ja alles vor einander nicht was dann gewesen ja dann mach ich halt ok 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 1 2 3 ja und auch damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge fito bis ultimate und und wer dabei der martin und der peter ist auch wieder zurückkommen und redet wieder äh eltern sind weg kann man ja quatschen und aber das problem ist groß peter denn jetzt schon wieder hin er ist wieder im netter habe ich ihn eben gerade noch im haus noch gesehen ja er ist im netter stehen oder er ist auch am strass wieder gelaufen ich werde natürlich auch mal die die haltung mal auf der westen ich nehme schon eine porten gun ich werde schon mal die ganze zeit hier scheiße machen du dann stöpst du lässt du raus und stöpst du wie man ja an meinem porten gun sieht sieht man da so eine kartoffel richtig lustig ja kledis hängt da nur dran ja genau jetzt mal erklärt das darstellen ja hast du den zweiten teil mal gesehen oder nee warum weil dann weißt du dass das atletas ist aber warum ist hier wirst du dann mal sehen wenn du den zweiten teil in den netzplayern schaust oder selber spielst weil das ja seit dem ersten hast du ja schon mal durch oder wie ja gut oder noch nicht oder wie weiss nicht ich glaub nicht wofa oh scheiße das ist nicht schwer ich bin in ein ich bin in einem heißluftballon Minimale Lektion, oder wie? Heiß Luftballon, yay! Das ist bei dir auch Minimale Lektion, wenn du was abfährst. Wir tun, weil wir beide lenken. Voll stilltechnisch, oder wie? Ja. Okay. Okay. Dazu steht ein Minimale Lektion. Hau. Haben wir noch, oder? Ja. Okay. Minimale, wie ist es bei dir? Was, mit dem Internet, oder was? Verstehst du alles von uns, oder wie? Ja, manchmal... Manchmal hör ich auch das Hängen ein bisschen von dir, Martin, aber ansonsten ist eigentlich jetzt grad ein bisschen gut. Peter... Verstehst du uns gar nicht, Peter, oder? Schwer. Doch jetzt wieder. Ich bin ja nicht mehr am Arbeiten hier in der Stadt, oder? Ich hatte noch ein paar Lektionen, wo wir das da in den Watch it haben, das es danach... ...bisschen danach hat es dann sozusagen ans Internet kurz zerschossen. Was wird... Ah, Gott, ich bin da in einer Welt! Äh... Oh Gott. Oh, jetzt komm ich gleich nicht. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Der Bogen! Ok? Alles klar. Sorry. Passt dir auch nichts, also so... Scheiße! Ich bin jetzt gleich mal. Ja, ich geh jetzt wieder... ...die andere Welt in der... Ja, und ich hör dann mal meine Bäume fülle. Bei mir war die volle, dann scheiden wir auch hochgeschnippt Die Sonne geht unter Der Wald scheint nicht aufzuhören, die ich hier gepflanzt habe Wollen wir ihn kennen, oder? Ich geh jetzt pendeln Ich geh mal nach der Tür Ich geh mal nachfk, Alter So Mal wieder zurück, Peter Ja Mit allen Herz Let me drop his off Ich bin mal wieder einer, der mal wieder Spam tut, wo der Biss Gut, der geht da mal raus Hier kommt ein bisschen nett in mein Haus rein Da hab ich ja alles mit fucking bestückt Oh Streit bei rein, das ist ja schon wieder Okay Ich weiß schon warum Was? Ich wollte es ab, ich wollte es gleich hinschreiben Habt ihr eigentlich auch gehört, dass neulich mal der Frankfurter Flughafen eigentlich den Betrieb eingestellt hat, mal? Was? Ja, das hat sich die App, die das Handy hat, dieses Update Ne, ich weiß nicht was du meinst Ne, ich weiß nicht was du meinst Hat das auch mal War das denn eine Eilenmeldung, dass der Frankfurter Flughafen den Betrieb mal eingestellt hatte Was war mit dem Flughafen? Was war mit dem Flughafen? Der Frankfurter Flughafen, dass er den Betrieb eingestellt hat Alle Fluten getencilled wurden Ja, das hab ich auch Ja Auch über die App oder so Von mir, die App hat ne Eilenmeldung davon geliefert, das sehen Mal ein bisschen über da vorne Ich schau dir diese Nachrichten Ja komm Ah, da ist noch das Nittenwasser Hä, die ist da raus und da wieder rein zu denen? Ja, weil ich das Fleisch nicht aufheben wollte Wie liegt denn da überhaupt Fleisch? Hm, da muss ich da rein Und wer noch am Witter? Witter braucht Fleisch? Ja Menn ich ist ein Creeper gefolgt Ah, ist jemand so voll, dass der Arkt sei, nicht im Anderste Ja, wir wollen ja mal treffen Vor denen da was einsacken Ja, die sind aber noch so, oder? Gut So, werden wir hier rein wieder Oh, jetzt haben wir die Idee Ja, jetzt... Au Don't see our lover Wo ist einer noch? Ja, ich weiß nicht Dieser Junk-Loader does not belong to you Oh, nein Ich habe einen zweiten Nummer größer, stellen wir mal Oder wie lange war ich über 30? Ja, dann haben wir zwei Nummer größer Ja, ich habe einen Parcours Er schmeckt mal rein in die Hicken So Hallo, Sklettenwasser Oh, Alter, wie die Angel hängt So Oh, Alter, wie die Angel hängt Juh, oh, machst du hier einen Weg? Hm, was denn? Ich steh mal dir Ich steh mal hier Ich steh mal hier Für eine Statue Ja, das Teil Ich sehe es von Parat So Was ist da drinnen? Hm Was ist da drinnen? Hm Nix Hm Oh, hä? Ach, das ist eine... Flipschart-Statue oder sowas Ach, ja Ach, ja Ja, das war mal eins, Mann Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt angeschrieben wurde, aber ich glaube von mir anschreibt Ich hab's nicht gehört Ich will jetzt nicht wissen, wer mir jetzt schreibt Oh, ich will jetzt jeder anschreiben Schade, dass es bei Steam nicht sowas gibt, so Ähm Beispiel, ähm Auf, bei der Aufnahme Äh Sonst irgendwas Sonst gibt Naja Tch, 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 tch Vor allem wenn ich auch Beschäftigte einstelle, tut mir Trops in einer Schreiben Also das finde ich glaube so ein bisschen nervig von meinen Freunden immer ein bisschen Die einfach nicht lesen können, dass ich beschäftigt bin So Warte mal, ich setze mich jetzt mit Hm Peter Äh Tau Appelkei Ah, ist auch für benutzen Na gut Klug Hm So Und Hm Ja, das wäre gut Das wäre gut Hm 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 Hi Hm 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 Ich baue es wieder hin Na, bist du dran bei Ihnen? Also wie So, was fehlt das Haus? Oh Oh Was ist das denn? Echte? Ah So Hm Was ist das denn? Nichts Na gut Weiß nicht Was ist das hier? Das soll die Sackgasse sein Anscheinend Nein! Ja, dankeschön Vielen herzlichen Dank Frag nochmal, Peter, ob der dir mal dein Feld zeigt. Ach, ich komm schon raus. Weil Peter, der bei ihm, hat ja auch ein Feld. Peter kann mich ja hier nicht einsperren lassen. Ich komm schon hier raus. So, rausgekommen. So. So. Ja, mit Hacks bin ich rausgekommen. Nee, Peter weiß schon, wie ich rausgekommen bin. Wie tut der irgendwie? Der Peter kann schon hängen, wenn der läuft. Ich verstehe, ich muss nur eine Teleportation. So teleportieren. Was ist das denn? Kerze. Kann man Hack? Kann man einschalten. Oh. Besuch anwesend. Darf ich es nehmen? Was hast du denn da gerade? Was hast du denn da gerade in der Hand gehabt, Peter? Ich hoffe, das wird dann immer noch nicht so ausreichend in der Wald hier, wie du holstest. Ich hoffe, dass er dann auch hier noch zu einer Raumfarm gemacht werden soll. Nicht, dass Bäume hier einfach so doof hintereinander stüren. Und... Ich hoffe, dass er das überhaupt nicht mehr in die Bäume nicht mehr in die Bäume her muss. Peter, ich seh das. Hör auf. Hey, was hab ich gebaut? Jetzt hab ich meinen Fisch verloren. Na toll. Ich sag dir mal einer, ich seh das wie verrät ganz so oder wie er nicht mehr nehmt. so absichtlich das pvp aus ist dumm 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 ey was schmeißt du mich mit mit eiern rum ja was schaust du an meine kiste denn da was nimmst du denn jetzt wieder weg? nein ey der nimmt mir jetzt einfach was weg irgendwie glaube ich da war ganz schön ja mit der spiele wohl nicht zusammen weißt du was der vater mit mir da tut? der tut immer meine kisten reingucken und hab ich immer das gefühl der nimmt mir jetzt irgendwas weg weil ich nur was gutes habe oder so ich weiß nicht ok na dann hab ich mich gehört na ist es nett so dass wir ja zusammen spielen oder ich weiß also pvp spielen wir alle die bauen alle einzeln nur auf irgendwie Aber... Deine Eltern sind da oder was? Warum hat sie nicht mehr reden? Aber... Deine Eltern sind da oder was? Warum hat sie nicht mehr reden? Wieso? Wieso? Hm, so schnell? Ja, das ist nicht mehr weg. Na gut... Ähm... Würde ich mal sagen... Was war's dann mit der Folge dann? Ich würde sagen... Und... Ja... Dann... Ich würde eigentlich mal... Danke fürs Zuschauen und... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut frei! Und... Tschüss! Tschüss!